Musik Hallo und herzlich willkommen liebe Zuschauer zu einem weiteren Time to do Spezial. Mir geht es wie immer um Ihr Wohlbefinden, nicht nur um Ihrs, auch um meins, warum fühle ich mich so wohl, warum regeneriere ich so schnell, weil ich mich mit den Dingen, die heute unsere Körper belasten, beschäftige. Jetzt steht Weihnachten vor der Tür, alles rennt rum, die Läden sind voll, es wird alle mögliche Elektronik gekauft und daheim noch ein Gerät und jetzt gibt es schon eins, wo ich nur noch sprechen muss, ich glaube Alexa heißt es und es strahlt meine ganze Wohnung voll, aber hilft mir meine Faulheit zu unterstützen. Ob das alles sinnvoll ist, möchte ich gar nicht da ein Urteil drüber fällen, das muss jeder Mensch selbst entscheiden. Mir geht es darum, wenn ich mich schon in meinem Wohn- und Lebensraum, der mein Entspannungs- und Erholungsfeld sein soll, mit mannigfaltiger Elektronik umgebe, sollte ich an mein biologisches System denken, denn das ist nicht gewohnt, dass tausend elektronische Schwingungsfelder um uns herum sind, wenn Sie jetzt einfach mal die Augen schließen und blenden sich mal 70, 80 Jahre zurück. Da gab es das alles nicht. Das heißt innerhalb einer Generation wurden plötzlich unglaubliche Frequenzen hochgefahren, wo kein Wissenschaftler, wo es keine Forschungen drüber geben kann, denn wir wissen es alle noch nicht. Jetzt erfahren wir bereits die ersten Dinge, dass große Rückversicherer in ihren Geschäftsbedingungen plötzlich die Schäden durch elektromagnetische Schwingung ausschließen und dass in vielen, vielen Bereichen heute von vornherein gesagt wird, alles was da zu Schaden kommt, schließen wir aus, haben wir nichts mehr zu tun. Verstehe ich nicht. Auf der einen Seite wird uns ständig erzählt, dass alles nicht schlimm ist und alles gar nicht schadet und dass man gar nichts nachweisen kann. Auf der anderen Seite schließen dann Versicherungen das aus der Haftung aus. Das passt meiner Meinung nach nicht zusammen. Irgendwas wird uns da verschwiegen, irgendwas ist da nicht so, wie es sein soll, denn immer wieder stellen wir fest, wenn wir heute mit modernen Messsystemen an den Menschen gehen und messen ihn in einem Raum, wo er keine elektromagnetischen Schwingungsfeldern ausgesetzt ist, hat er tolle Werte in seinem Körper, setzen wir ihn elektromagnetischen Schwingungsfeldern aus, plötzlich gibt es ein riesen Chaos in seinen Systemen, die dazu führen, wie gesagt, dass Menschen nicht mehr schlafen können, sich nicht konzentrieren können, viel schneller matt und kraftlos sind, als sie das früher waren und so weiter und so weiter. Es gibt Lösungen. Einer, den ich sehr schätze und der Lösungen in allen Bereichen bietet, ist bei mir im Studio und ich möchte es Ihnen auch nochmal ganz speziell empfehlen, nicht nur, weil ich dich persönlich sehr mag und dein Unternehmen schätze, nein, weil deine Produkte wirksam sind und den Menschen helfen. Herzlich Willkommen, Richard Neuwerch. Herzlichen Dank, Neuwerch. Richard, du hast uns ein paar Geschenkideen mitgebracht. Ja. Wir haben sie mal da vorne aufgereiht. Ich glaube, wir müssen jetzt nicht mehr groß erklären, um was es geht. Das haben wir in vielen Sendungen getan, die unsere Zuschauer über den YouTube-Kanal oder über die Seite von Swiss Harmony sich anschauen können. Auch möchte ich nochmal sagen, alle Gutachten, alle Tests, die du gemacht hast, können eingesehen werden auf dem entsprechenden Bereich deiner Website. Das heißt, es ist nicht Hokuspokus, was wir hier erzählen, sondern es ist wissenschaftlich nachgewiesen mit verschiedenen unterschiedlichen Tests, die du gemacht hast, dass, wenn wir deine Produkte am Körper oder auf den jeweiligen elektronischen Geräten haben, es für uns harmonischer, besser, wohlfühlender ist und wir haben einfach eine ganz andere körperliche Identität. Wir spüren uns anders. Beginnen wir bei dem Thema, was mir ganz am Herzen liegt, Kinder. Ich sehe immer mehr Kinder, wenn sie heute mal an einer Straße halten müssen, wo gerade eine Schule aus hat und sie haben da ein paar Minuten. Früher haben die Jungs den Mädchen an den Haaren gezogen oder die Schultaschen versteckt und ähnlichen Unsinn gemacht. Heute ist das alles dahin. Die reden nicht mal mehr miteinander. Heute ist jeder mit seinem Smartphone beschäftigt. Und wie gesagt, für mich sieht das immer seltsam aus, wenn ich da an so einer Bushaltestelle vorbeifahre und da sitzen zehn Kinder nebeneinander. Alle haben die Dinger vor den Augen und sind nur noch da am So. Ob das gut ist für unsere Entwicklung, für unsere Gesellschaft, mag ich auch nicht beurteilen. Das werden andere tun. Aber ich sehe, was mit den Kindern passiert und ich sehe, wie die Zahlen von Kindern ansteigen, die Ausfälle haben, schon in jungen Jahren. Und wie gesagt, für mich der Schock war, das jüngste Demenz-Opfer, möchte ich fast schon sagen, was wir kennen, ist 14 Jahre alt. 14 Jahre und hat bereits Probleme. Das war auch so ein typisches Elektronikkind. Aber wie gesagt, da müssen immer andere Thematiken nach vorne gezogen werden. Es geht um Umsatz. Jedes Unternehmen will verkaufen. Ist auch ganz so in Ordnung. Aber man sollte immer denken, dass es um Menschen geht und der Mensch steht im Mittelpunkt. Komme ich zurück auf mein Thema Kinder. Wie kann ich mein Kind vor dem Einfluss dieser mannigfaltigen elektromagnetischen Felder schützen? Zumal es ja nicht nur das eigene Handy ist oder wenn ich meine Wohnung harmonisiert habe, ist es ja auch da in Ordnung. Jetzt sehen wir uns mal so eine klassische Schulklasse an. 20 bis 30 Kinder sind da drin. Denn jedes zweite hat heute schon im 10. Lebensjahr ein Smartphone bei sich. Das heißt, in so einem Unterrichtsraum, und wenn es jetzt ein klassisches Stahl-Beton-Gebäude ist, wie wir das ja so schätzen, wir betonieren gern, sage ich, dann werden diese ganzen Stahlelemente, die im Beton sind, irgendwann nehmen die das auf und geben es auch wieder ab. Das heißt, der ganze Baustahl in dem Raum, in dem wir uns befinden, hat irgendwann ebenfalls diese elektromagnetischen Felder aufgenommen. Und jetzt sitze ich schön in einem Käfig drin, der mich von morgens bis abends, solange ich da drin sitze oder bis mittags, wie ich Schule habe, haben die die Handys meistens noch in der Schultasche, weil der Lehrer sagt, macht ja das Handy aus. Was machen Sie? Sie machen es natürlich nicht aus. Stellen es auf lautlos, dass Sie ja nichts versäumen. Das heißt, in einem Schulzimmer 10, 15, 20 Mobiltelefone versuchen, sich optimal zu verbinden. Wenn es natürlich aus der Schultasche womöglich noch in einer Hülle drin ist, dann können Sie sich vorstellen, wie dieses Gerät unterm Schultisch richtig Gas gibt, weil es will ja eine optimale Verbindung herstellen. Und das betrifft alle, die in diesem Raum sind. Jetzt gehen wir noch ein bisschen weiter. Eine Schule hat ja nicht nur ein Klassenzimmer. Stellen Sie sich vor, das gleiche Spiel in jedem Klassenzimmer. Und wenn ich das sichtbar machen würde, würden Sie das Schulgebäude gar nicht mehr sehen, was da an Frequenz- und Strahlengewirre um unsere Kinder abgeht. Richard, wie können verantwortungsbewusste Eltern Ihre Kinder da auf gewisse Weise schützen? Natürlich einen 100%-Schutz gibt es nie. Aber zumindestens, wie kann man die Situation fürs Kind erträglich machen oder verbessern? Also Sie können zumindest das Telefon Ihres Kindes harmonisieren, indem Sie einen Bio-Patch kaufen und an das Handy anbringen? Also das wäre jetzt der erste Schritt. Wir schauen uns gleich das entsprechende Produkt an. Es steht hier vorne auf unserem Tableau. Das ist der Bio-Patch. Der sollte auf jedem Telefon des Kindes sein. Da haben wir noch einmal, hier, das ist er. Dieses Produkt ist speziell konstruiert für Mobilfunk-Endgeräte. Und da sollte es angebracht sein. Jetzt haben wir dem Handy also eine Zusatzinformation dann verschafft über den Patch. Das heißt, es hat nach wie vor 900, 1800, 1900, je nachdem in welchem Netz es angedrückt ist, Megahertz, mit dem es ausstrahlt, aber es wird zusätzlich mit einer Harmonisierungsschwingung überlagert, sage ich einmal, die dem Körper dann wieder die Information gibt, dass er nicht ausflippen muss, dass er in der Ruhe bleiben kann. Richtig. Die den störenden Effekt der Hochfrequenzen sozusagen nimmt, neutralisiert. Neutralisiert. Wäre die eine Thematik. Und das andere ist, dass das Kind sich auch schützen kann gegen all die anderen Mobiltelefone, die im Klassenzimmer sind oder wo auch immer, auf dem Weg, im Bus nach Hause, im Zug nach Hause, im täglichen Leben. Müssen wir ja auch nochmal sensibilisieren, diese Thematik. Heute, liebe Zuschauer, mittlerweile gibt es Abteile in jedem Zug, wo man sogar Verstärker eingebaut hat. Man muss ja immer und überall erreichbar sein. Das ist ja ganz wichtig in unserer Gesellschaft, dass ich ständig erreichbar bin. Da gibt es dann Verstärker, die es sogar möglich machen zu telefonieren, wenn sie durch den Tunnel fahren, habe ich jetzt gehört. Im ICE wollen sie das machen. Das heißt, da wird ihnen zusätzlich die Birne gegrillt. Und jetzt ein ICE, was meinen Sie, was der Selbsteinspannungsfeld aufbaut, durch Elektromotoren und alles, was da drin ist. Also das sage ich immer, na herzlichen Glückwunsch, wenn Sie da mit nach Hamburg fahren. Da kommen Sie oben an, können sich gleich mal zehn Stunden hinlegen und schlafen, weil Sie fertig sind. Man muss das verstehen. Und so wäre es wichtig, dem Kind auch einen Schutz zu geben, selbst wenn es sein Handy ausgeschaltet hat oder zu Hause. Wo läuft es rum auf der Straße? Was steht da auf den Dächern rundherum? Und die Kinder rund ums, die Erwachsenen, da drüben steht noch eine Radarfalle, wo gerade der Verkehr kontrolliert wird. Ein Stückchen weiter wird gerade eine neue Trafostation mit einer Hochspannungsleitung versehen. Und, 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 und alles ballert auf uns ein. Und das Gefährlichste, meine Lieben, sind die Dinge, die wir nicht sehen, die wir nicht hören und die wir nicht riechen können. Schmecken, naja, gut, wer wird kaum überall reinbeißen. Aber das sind die Dinge, denken Sie an Radioaktivität, sehen Sie nicht, hören Sie nicht, riechen Sie nicht und irgendwann fallen Sie auseinander. Weil das einfach für unsere Zellen keine Schwingungsfelder sind, die uns gut tun. Und da haben wir ein weiteres Produkt. Wir haben es ganz hier an der Seite stehen, hier. Das zeigen wir auch nochmal ganz kurz, wenn die Kamera drauf geht. Da gibt es so einen Ring. Hier ist er. Ich zeige das mal, dass ich das, das Ding, da, der hier. Außen? Carbon. Innen? Silber. Silber und Carbon, beides informiert. Diesen Ring können Sie an eine bestehende Kette hängen, die Sie umtragen oder Sie befestigen es am mitgelieferten Kautschukband und hängen es Ihrem Kind um den Hals. Dann hat das Kind auch sobald, du kannst es besser erklären, dieses Ding, wie funktioniert es? Naja, es hat auch diese harmonische Grundschwingung, die wir eingeprägt haben als Information. Und in dem Moment, wo es mit einem Energiesystem in Verbindung kommt, das kann auch ein anderes Energiesystem sein, aber in unserem Fall sollte es das Kind sein, es kann auch ein Hund sein zum Beispiel, ein Haustier. Ein Halsband. Natürlich. Aber in dem Fall jetzt, auf den Mensch überträgt es dann diese harmonische Grundschwingung und dann können all die künstlichen Sachen keine Resonanzen mehr erzeugen. Sensationell. Genau das ist die Zielsetzung. Also ich würde mir wünschen, und da geht es nicht darum, dass ich dem Richard Neubersch oder Swiss Harmony besonders tolle Umsätze wünsche. Das wünsche ich allen, die ein Geschäft machen, weil ich weiß, wie viel Arbeit da immer drin steckt, gerade wenn man selbstständig ist. Mir geht es darum, um die Menschen und unter jedem Weihnachtsbaum, wo ein Kind ein Smartphone benutzt und in diesen Feldern ist. Wenn Sie möchten, dass es Ihren Kindern besser geht, dann erfüllen Sie sich den Wunsch und Ihrem Kind und harmonisieren Sie diese Mobile Endgeräte. Und genau weil wir das gerne forcieren möchten, wir wollen die Eltern motivieren, mehr zu tun und sämtliche Handys zu harmonisieren, haben wir dieses Angebot neu eingeführt, rechtzeitig zur Vorweihnachtszeit. Aber wir werden es wahrscheinlich auch längerfristig behalten. Und zwar haben wir die Absicht oder bieten wir an, fünf Bio-Patches bestellen und nur drei bezahlen. Da haben wir so ein klassisches Bild, auch das habe ich schon gesehen. Will ich mal kurz beim Papa sprechen, dann gibt die Mama ihr Heavy-Metal-Smartphone geschwind dem Kind. Das Kind dürfte so vier-, fünfjährig sein. Und jetzt müssen Sie sich mal vorstellen, was da in dem Kopf dieses Kindes passiert, wo die Knochen noch viel weicher und dünner sind. Und dann halte ich ein Elektrogerät, was in Frequenzen, in Mikrowellenfrequenzen arbeitet, dem Kind ans Ohr. Ich sage also, Leute, denkt ihr alle nichts mehr? Es ist so. Und wie gesagt, der Richard hat dazu ein Angebot gemacht. Ich fahre das jetzt einmal hoch. So, da steht es schwarz auf blau oder weiß auf blau. Einmal zertifizierte Wirksamkeit, entstört Strahlenbelastung, reduziert SAA-Wert um 10%. Häufige und lange Telefonate mit dem Smartphone können erhebliche gesundheitliche Folgen haben. Dies gilt besonders für Kinder und Jugendliche. Das Angebot, fünf für drei, das heißt, dass Mutter, Papa, Oma, Opa, die Kinder, diese auf ihre mobilen Endgeräte draufbringen. Die Aktion geht erstmal bis 31.12. Es geht um das Thema des Bio-Patch, 10-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Das heißt natürlich, können Sie es nicht aufkleben. Das ist ein Fehler, das ist ein Produktionsfehler. Da müsste 30 Tage stehen. Es gibt eine 30-tägige Geld-Zurück-Garantie. Dann werden wir das Ihnen jetzt sagen und unser gesprochenes Wort muss Gültigkeit haben. Ist so. Dann müssen wir nicht Papers schreiben, also sogar 30 Tage. Jetzt ist es ja, wie funktioniert es, wenn ich das Ding jetzt aufmache und Peps auf mein Handy kann ich es ja nicht zurückgeben. Doch. Wir nehmen es zurück. Weil wir wollen Lösungen verkaufen, keine Produkte. Das sage ich immer wieder. Wir verkaufen Lösungen. Und wenn die Lösung für jemanden keine ist, dann kann er sie auch zurückschicken. Keine Frage. Klasse. Also wirklich, da lacht mein Herz und da kann ich den Menschen immer wieder sagen, das ist ein Unternehmen, was von ihren Produkten überzeugt ist und die in vielen, vielen Tests einfach nachgewiesen haben, dass die Dinge funktionieren. Also für Kinder zwei Lösungen. Die Bio-Patchs auf die Endgeräte auf jeden Fall. Und wenn Sie Ihr Kind generell schützen wollen, gibt es diese kleinen Ringe, die man dem Kind um den Hals hängen kann. Das ist die beste Lösung. Dann trägt es es am Körper und es ist geschützt. Jetzt gibt es natürlich nicht nur Kinder, auch wir Erwachsenen. Und manchmal, weil die Erwachsenen ihre Gesundheit dann immer schon, bis sie so 40 sind, schon mal runterrandaliert haben. Weil wir achten ja auf alles, nur nicht mehr auf unseren Körper, der uns bis zum Ende unseres Lebens eigentlich begleiten soll. Manche erleben dann das Ende ihres Lebens in Pflegeheimen, weil sie ihren Körper so belastet haben, dass er irgendwann nicht mehr kann und einfach zusammenbricht. Und dann haben wir natürlich eine Situation erreicht, die ich niemandem wünsche und wo ich hoffe, dass die Menschen rechtzeitig aufwachen. Einmal über die Ernährung und hier, ganz wichtiger Punkt, immer gutes, klares Wasser. Und dass wir uns natürlich genauso besinnen darauf, dass wir kein Chemiebaukasten sind. Das heißt, unsere Nahrung sollte natürlich sein und frisch. Und jetzt gibt es Dinge, da nützt auch frische und tolle Nahrung nichts dagegen, wenn um uns herum auch als Erwachsenen natürlich vielfältige Frequenzen sind. Ich mache bloß immer so im Kopf Ihnen ein Bild auf. Stellen Sie sich vor, Sie sind Student und sitzen in einer Vorlesung, wo 100 bis 150 andere Studenten noch sitzen. Alle haben natürlich WLAN-Zugang, jeder hat sein Tablet, Smartphone oder PC vor sich stehen, seinen Laptop. Jeder hat ein Mobile dabei, manchmal sogar hat man ein Tablet, um es größer zu lesen und Smartphone ist in der Tasche. Dann können Sie sich vorstellen, was in so einem Hörsaal abgeht. Gleiche Szenarien, Großraumbüros, 40, 50 Leute. Jeder hat ein Mobile, jeder hat irgendein Endgerät, wo mit WLAN gearbeitet wird. Dann stehen da noch rum, Kopierer und Surfer und alle möglichen Elektrogeräte. Stellen Sie sich vor, Sie halten sich auf an einem Flugplatz, sitzen im Wartebereich, warten eine halbe Stunde, bis die Maschine fliegt. Um Sie herum sitzen 100, 150 bis zu 300 Leute, die auch alle Smartphones haben. Dann können Sie sich vorstellen, in welchem Strahlengewitter Sie sich da befinden. Und jetzt geht es darum, dass auch Sie als Erwachsene einfach in eine Ruhe kommen, in eine Gelassenheit, in eine harmonische Schwingung Ihrer ganzen Felder. Und dass Sie sich gut fühlen, dass Sie konzentriert sind, dass Sie auch, wenn Sie länger arbeiten müssen, nicht immer wieder so Dauner haben. Und dann irgendein Zückerli reingeschoben wird, dass man sich dann wieder hochschießt, nur ganz kurz. Diese Situation sollte nicht mehr sein. Was können Sie tun? Richard, welche sinnvollen und tollen Geschenke hältst du denn bereit für uns, für die Erwachsenen? Naja, so ein richtig schönes Weihnachtsgeschenk für Frauen zum Beispiel ist der Anhänger, der Bio-Pendant, den wir auch vorne haben. Den gibt es in Silber und in Gold. Das zeigen wir auch nochmal gleich. Gehe ich da hin. Das sind diese beiden. Die Kamera kommt auch hier. Jawohl, super toll. Einmal in Silber, das ist der Herr, und einmal in Gold, das ist er hier, den sieht man ein bisschen schlechter. Ich versuche ihn mal noch ein bisschen zu drehen, bevor er runterrutscht. Jawohl, jetzt haben wir es. Wenn jemand mehr das Goldene, die goldene Ausführung möchte, kann er das genauso mit einer goldenen Kette haben. Die silberne Ausführung natürlich genauso. Beide Teile sind wieder harmonisiert. Ist ein Schmuck mit Funktion. Genau, also es besteht ja aus zwei Flügeln sozusagen, zwei wellenartigen Teilen. Das eine ist aus Carbon, das andere aus Silber. Beide werden gleichzeitig geprägt mit der Information des sichtbaren Lichtspektrums wieder. Und das überträgt sich dann wieder eben auf den Körper. Und genau hier ist es auch an der richtigen Stelle. Es gibt eigentlich keine wirklich richtige Stelle. Aber ich bin der Meinung, dass es im Bereich des Herzens möglicherweise doch noch andere Dinge bewirkt. Aber wir wissen ja von dir, bevor du nicht alles auf Herz und Nieren geprüft hast und nachvollziehbare Aussagen machst, verrätst du nichts. Das ist auch gut so. Weil es werden viele Hypothesen und Halbwahrheiten gestreut im Markt. Und das mag ich auch nicht, weil das verwirrt die Leute. Und so habe ich dich kennengelernt. Du forschst und forschst und forschst, bis du das Ergebnis nachweisen kannst, wie die SAR-Werte oder andere Dinge, die du nachgewiesen hast. Schmuck, eine tolle Geschichte. Schmücken, warum nicht? Ich trage auch einen Ring und hin und wieder mal ein Armband, wenn es mir gefällt. Aber mir muss immer alles einen Hintergrund haben. Schmuck alleine würde ich nicht anziehen. Weil was bringt mir das, wenn ich mich mit Gold und Silber behänge? Da ändert sich der Norbert auch nicht. Er bleibt der gleiche, wie er ist. Wenn Schmuck, dann, wie gesagt, nutze ich auch. Funktionsschmuck, das macht auch Sinn. Und natürlich in tollen Materialien. Gold und Silber haben auch eine eigene Schwingung, die für unseren Körper sehr gut ist. Und wenn jetzt noch die richtige Information und das in einem tollen Design, muss ich sagen, toll, wir blenden es nochmal ein. Vielleicht nehme ich mal eines dann in die Hand, wenn die Kamera es nochmal vorne fängt. Jawohl. Da sehen Sie beide. Jetzt nehme ich mir das einmal in die Hand und tu das da mal drauf, das Goldene. Dann kann es die Kamera nochmal etwas größer. Ganz toll und auch die Kette sehr, sehr schön. Also Richard, da habt ihr wirklich nicht irgendeinen Billigkram genommen, sondern es ist vom Design her sehr schön. Es ist von der Größe her sehr angenehm. Und wie gesagt, die Materialien kann ich nur sagen, gratuliere. Ganz schöne Teile und wenn ich das nächste Mal Frau werde, dann trage ich das. Naja und dann ist natürlich der Renner, bei uns ist eindeutig der Bio-Ring. Den haben wir gleich daneben. Gehen wir da auch nochmal hin. Hier. Jetzt ist das goldene Teil umgefallen, aber dann sehen wir es besser. Jawohl. Da ist er. Den muss ich natürlich auch mal ein bisschen aufstellen. Jetzt sehen Sie es. Ein glatter silberner Ring, der innen dunkel ist. Da ist dann auch Carbon drin, nehme ich an. Genau, weil innen Carbon ist. Und außen Silber, den gibt es nur in Silber? Den gibt es nur in Silber. Gibt es nur in Silber? Weil wir wollten ein Standardprodukt schaffen, das nicht zu teuer ist, das sich beinahe jeder leisten kann. Und das eben schnell ausgeliefert wird. Dann können wir ja gerade mal zeigen, ich sehe, so sieht er an. Nein, das ist was anderes. Ich zeige Ihnen gerne, wenn die Kamera da mal reingeht. Der Unterschied von diesem Ring zu dem klassischen Bio-Ring ist, dass er aussieht, als wäre er massiv aus Silber. Was aber nicht ist. Weil innen drin hat es tatsächlich Carbon. Ah, ein weiteres Produkt, wo du gerade am entwickeln bist? Ich habe es für mich mal machen lassen, weil ich mal sehen wollte, wie es aussieht. Aber wir können es auch liefern, wenn jemand darauf besteht. Aber da braucht es halt auch, dann hat es mindestens sechs Wochen Lieferzeit. Ah, und dann ist es aufwendig. Weil es wird ja persönlich angefertigt. Das ist immer, weil wir müssen es ja immer in allen Größen lieferbar haben. Und das ist der Grund, warum wir ein relativ einfaches Produkt gewählt haben, das sofort lieferbar ist. Da muss niemand drauf warten. Und natürlich gibt es das Ganze auch in der Goldausfertigung, wer das gerne hätte. Und auch diese massive Version und auch massiv in Gold. Aber der ist natürlich um ein Vielfaches teurer. Und da braucht es dann Lieferzeiten. Also, wenn Sie speziell, liebe Zuschauer, etwas haben wollen, wo Sie sagen, ich finde diese Thematik ganz wichtig für mich. Ich möchte schauen, dass ich da meine Zellen, mein Wohlfühlgefühl mir erhalte. Dann setzen Sie sich direkt mit Richard Neubersch in Verbindung. Klären Sie die einzelnen Sachen, wenn Sie die Zeit dazu haben. Und das nötige Kleingeld macht er Ihnen auch spezielle Dinge, die dann natürlich in der Hauptsache die Schutzfunktion haben. Weil das ist uns wichtig. Nicht uns zu schmücken, am besten uns zu schmücken mit einer Funktion, die uns auch noch was bringt. Richtig. Und natürlich sind Sonderanfertigungen möglich, weil wir lassen ja sowas nicht in China fertigen. Sondern wir haben einen Schweizer Goldschmied, der auch mit diesen Ideen gekommen ist, zu dem Pendanten. Das ist sein Entwurf gewesen, der auch den Bio-Ring, den klassischen Bio-Ring herstellt. Und natürlich auch jede Art der Sonderanfertigung herstellen würde. Wir bieten ja auch Trauringe an. Da will ich jetzt nicht drauf kommen, aber nur als Beispiel. Das macht er auch. Das war auch eine seiner Ideen, dass wir Bio-Trauringe anbieten. Mensch, das hört sich ja irre an. Also aufs Leben verbunden mit noch einer harmonisierenden Funktion. Da kann die eh ja nur gut gehen. Die kann nur gut gehen. Harmonisch eben. Das hätte zumindest schon mal eins. Beide sind harmonisch. Du, diese Überlegung, das sage ich mir jetzt gerade so im Scherz. Aber wenn ich mir das mal durchdenke und sage, wie kommen denn Auseinandersetzungen zustande? Oftmals, da die Menschen nicht in ihrer Mitte sind, da kann ein Wort schon das andere geben, wo der im Normalzustand überhaupt nicht darauf reagieren wird. Kann sein, wenn er in einer Spannung ist oder in einer Unruhe, dass er sofort reagiert, weil er sehr nervös ist. Das sollte man auch mal langzeiter sprechen. Mehr Gelassenheit, ja. Mehr Gelassenheit. Das ist es vielleicht. Also wir haben vier Paare, die diese Biotrauringe tragen und die sind bis heute noch glücklich und zufrieden. Ob das jetzt mit dem Ring zusammenhängt, das möchte ich jetzt mal dahingestellt sein lassen. Aber wäre interessant, vor allen Dingen ein Pärchen mal, die vielleicht gerade in so einer Krisensituation sind, dass man sagt, Leute, zieht doch mal die Ringe an. Letzte Rettung, Biotrauring. Ja. Ja, oder einfach nur der reine Bioring, der klassische. Genau, ob sich was verändert. Vielleicht ist das diese innerliche Nervosität, die euch ständig in Aggressionen bringt und Auseinandersetzungen. Vielleicht gibt es da eine Lösung. Wissen wir nicht, das ist jetzt einfach eine Hypothese. Haben wir auch noch nicht probiert. Ich meine, das, was der Richard gerade sagt, der kann damit zusammenhängen, muss natürlich nicht. Kann auch vollkommen sein, dass die einfach glücklich sind mit und ohne Ring. Das wäre natürlich die beste Lösung. Aber das wäre mal zu überlegen. Es ist denkbar. Ja, weil wir haben ja auch die Beobachtung gemacht oder die Rückmeldung bekommen von Familien, speziell auch Patchwork-Familien, wo ja ganz viel manchmal auch Stress ist, interner Beziehungsstress. Vor allen Dingen dann, wenn Kinder pubertär sind. Und wir haben Rückmeldung bekommen, dass sich plötzlich das Klima innerhalb der Familie völlig verändert hat. Also nicht nur das Raumklima, sondern dass die Menschen anders miteinander umgehen. Und gelassener, dass gerade auch die Kinder, obwohl die sonst wenig kooperativ waren, plötzlich umgänglicher wurden und so. Weil es wirkt sich scheinbar auch harmonisierend nicht nur auf Elektrosmog aus, sondern auch auf den Gesamtzustand des Menschen. Ist auch ganz logisch, wenn andere Frequenzen auf mich wirken, reagiert. Wir wissen ja, wie das alles funktioniert. Das ist schon ein Resonanzprinzip. Die Frequenz wirkt auf mich ein und dann passiert auch im anderen Feld was. Und das ist dann mein Verhalten, was sich anpasst. Du hattest noch eine Überlegung mit zehn Testpersonen mir vor dem Studio gesagt. Aber, liebe Zuschauer, da wollen wir jetzt in dieser Sendung nichts drüber verraten. Wir produzieren noch eine spezielle Kurzinformation zu einer neuen Testserie, die Swissharmonie machen möchte. Da müssen Sie einfach dann auf die nächste oder die aktuelle Quickinfo schauen, die dann auch auf der Seite von Swissharmonie steht. Und dort bekommen Sie alle Informationen. Ich glaube, wir haben zu Weihnachten und zum Schenken jetzt genug gesagt. Und wer jetzt noch Informationen braucht, der kann gerne über die Webseite von Swissharmonie gehen, sich auch die Gutachten und die Hintergründe und auch die Bewertungen anschauen von seinen Kunden, die bereits das eine oder andere System haben oder das eine oder andere Produkt. Schauen Sie sich das an. Was sagen die anderen dazu? Fühlen Sie sich hinein. Und ich hoffe, Sie treffen die richtige Entscheidung, dass unter Ihrem Weihnachtsbaum das richtige Geschenk liegt. In diesem Sinne, Richard, vielen herzlichen Dank für deinen Besuch. Danke, dass ich hier sein durfte. Und Ihnen, liebe Zuschauer, alles Gute und schöne Feiertage. TimeToDoShop.ch Hier finden Sie die Produkte der Gäste unserer Sendung. Nahrungsergänzungsmittel, CDs, DVDs, Bücher, Essenzen, Heilsteine, Bilder, Körperpflegeprodukte und vieles mehr. Die Produkte unserer Gäste www.time-to-do-shop.ch oder Sie bestellen einfach per Bestill-Hotline. Die Produkte der Gäste unserer Sendung